Das NTP-Protokoll, das die Newsgroups bei den E-Mail verwenden, war die Grundbasis für das heutige Internet. Dieser Vorgänger heißt JustNet bzw. seine Weiterentwicklung zum JustNet Binary. Mit JustNet Binary kann man Dateien an die Newsgroup E-Mail anhängen. Es ist so eine Art... Das NTP-Protokoll, das ist so eine Art... Das NTP-Protokoll, das ist so eine Art...